So, willkommen heute nun endlich zu den neuen Clicker Idle & Incremental Games. So, das nächste Spiel dreht sich jetzt auch wieder ums Geld. Das Problem ist jetzt natürlich, dass das unglaublich matschig aussieht, wenn ich das so breit ziehe. Dann schaue ich mal, dass ich das jetzt so stehen lasse, dass es nur auf den Bildschirm zumindest gestreckt wird und nicht in die Breite, damit man es noch ein bisschen vernünftig angucken kann. Ich soll jetzt hier auch wieder letztlich rumklicken. Du hast einen Eimer erhalten. Dein Eimer verdient für dich Geld, während du weg bist und der ins Spiel geschlossen ist. Vielen Dank für den Eimer. Kaufe goldene Schweine. Gut, das ist dann schon mal die Premium-Währung. Nein, danke. Der Eimer ist im Moment noch leer. 50 pro Stunde und 30 Kapazität. Das heißt, der reicht nicht mal eine Stunde, um da irgendwas einzusammeln. Aber das sind jetzt die Dollar, die ich im Spiel bekomme. Das ist nicht das Echtgeld, was ich da irgendwie zahlen muss. Also Sparschwein plus Nummer 4 pro Sekunde. Zeitung austragen. 2 Dollar pro Streichen. Eigentlich klicken, weil streichen tue ich da nichts, weil ich habe es ja nicht auf dem Handy, sondern auf dem PC. Und ich habe meine erste Errungenschaft bekommen. Du hast eine 2 Dollar Banknote. Wenn du auf eine größere Banknote aufrustest, hältst du mehr Geld für jedes Streichen. 1 Dollar ist schon drin. Wahnsinn. Dein Eimer wird sich schneller füllen, wenn du hier investierst. Okay, das Schwein ist jetzt schon 2 Stufen höher. Bekommt dann jeweils 0,4 pro Sekunde. Der Eimer ist voll verdoppeln. Wie? Der Eimer ist noch nicht voll. Naja, das sind wahrscheinlich wieder so die Konvertierungen oder die Anpassungsprobleme, dass es jetzt bei Steam über auf PC spielbar ist. Das sind die Goldschweine, die es nur gegen Gold, Echtgold gibt. Beziehungsweise 4 habe ich ja schon. Gold 10 Sekunden lang. Goldene Banknoten. Super. Was auch immer das bringt. Tausche Banknoten um. So, Gummiband. Level 2 freischalten. Und hier irgendwelche anderen Elemente. US-Dollar. Okay, hier kann ich andere Banknoten benutzen. Singapur-Dollar. Rubischer. Union-Check. Also das 0,4 hatte nichts mit dem Eimer zu tun, sondern es war einfach nur, dass das eine automatische Generierung ist. Das heißt, das sind die Sachen, die ich dann pro Sekunde automatisch generiere. Okay, ein weiteres goldenes Schwein. Mission. Und die Papierklammer ist jetzt freigeschaltet. Okay. Deine Missionen helfen dir, es schneller Geld regnen zu lassen. Okay, also der Koffer sind die Missionen. Klicke 30 mal in 60 Sekunden. Patience. No clicks for 10 seconds. Okay, da habe ich ja keine Schwierigkeiten. 10 Sekunden nicht zu klicken. Ruste den Eimer auf einen, dann ruste den Volumen, dann ist er auf 1500 und er hat im Moment nur 50. Also mal sehen, wie schnell das funktioniert, das dort zu vervollständigen. So, jetzt ist natürlich die Frage. Loading Leaderbox take 5 bis 10 Sekunden. Okay. Spiel ist abgestürzt. Also die Mission ist abgeschlossen. Nachdem das Spiel gerade abgeschmiert war, hat das jetzt geklappt. Also Sparschwein 200%. Okay, das heißt, wenn der dann so einen Balken vervollständigt hat, dann gibt es da nochmal einen extra Bonus. So, 30 mal in 60 Sekunden geklickt. Auch erledigt. Gibt es ja noch irgendwelche Einstellungen. Kaufunternehmen, um mehr Geld für jede Streichbewegung zu verdienen. Ja genau, das Zeitung austragen hatte ich ja vorhin schon eine Stufe gekauft. Mehr als drei kann ich aber nicht kaufen. Ja, das ist dann wieder dieser Käse, dass das halt nicht wirklich adaptiert ist oder nicht wirklich rausgenommen ist, was eigentlich auf dem PC nur Klicks sind und nicht diese Wischbewegung, die man vielleicht auf dem Handy benutzen würde. Um Simon Tresor und die nächsten sechs Investitionen freizuschalten, röste alle Folgen auf Level 3 auf. Kandidiere als Klassensprecher. 300 Dinger pro Stunde. Stelle PR-Personen ein. Mehr Kapazität. Ist es Kapazität für den Eimer? Politikerspende, Lobbyisten, Fondsabkommen und Industrieverband. Da gibt es dann schon wieder die ersten Goldschweine zum Ausgeben. 3 to get 1000. Wo kommen denn die Sterne bitte her? Das Turboartikelmenü kann schnell ein paar Nuller dazurechnen. Ja, super. Kostet aber alles Schweine. So, Papierklammern. Stieße Level ab und erhalte mehr Dingsbums. Was ist das denn jetzt für ein Käse? Ich habe doch mein Level schon freigeschaltet. Da kann ich zumindest den Ton ausschalten. Das bringt mir im Moment eh nix. Ton einschalten, Ton ausschalten. Also das ist wieder eine super Darstellung. Aber es ist jetzt auf jeden Fall ausgeschaltet. Das heißt, ab und zu kommen dann die Sternchen dazu. Dreifachmultiplikator. Okay, dann schalte ich den doch wieder an. Weil sonst ist es doch ziemlich langweilig. So, Dreifachmultiplikator. 20 mal streichen. Ah, okay. Das heißt, da tauchen dann Banknoten auf, die Sterne beinhalten. Was? Jetzt habe ich schon 350 pro Stunde und ich habe gerade mal eine Kapazität von 30. Okay, das hier ist tatsächlich die Kapazität dann dafür. Stelle einen Lobbyisten ein für 5000. Gucken wir erst mal das hier. Genau, damit ist das Volumen abgeschlossen. Level ab ist erreicht. Jetzt sollte ich eigentlich die nächste Klammer bekommen. Mal gucken, ob die... Genau, jetzt habe ich die Mission vollendet. Goldmission Nummer 2. 25% Einkommensboost. Rüste deine Geschwindigkeit deines Einfluss auf 200 pro Stunde. Ist schon erledigt. Rüste dein Sparschwein auf Level 5. Ist auch schon. Und klick 15 mal pro Sekunde. Das kriegen wir ja wohl hin. Wir möchten dein Geld verdoppeln. Erkämpfe dir den Weg zum Ruhm. Um Geld wetten, Geld spiel spielen, gewinne das Doppelte. Will ich jetzt mal nicht spielen, weil dann lohnt es sich eigentlich mehr einzusetzen. Okay, die nächste Mission. Ah ja, genau. Ich musste ja bloß noch 10 mal klicken, um die zu vervollständigen. So, Change Bill to Real Dollar Bill. Okay. Rüste die Matratze auf Level 5 auf und klicke 35 mal in 20 Sekunden. Also, zu 1 Dollar Bill. Das heißt hier... Okay. Real Dollar Bill. So, 35 mal in 20 Sekunden. Das kriege ich auch manuell hin. Und jetzt fehlt bloß noch die Matratze. Was auch immer, wo auch immer die Matratze ist. Ah, Matratze. 1, 2, 3, 4, 5. Rüste die Comics-Sammlung auf Level 5 auf. Dann russischer Rubel und keine Klicks für 30 Sekunden. Okay, ist natürlich die Frage, ob die 30 Klicks jetzt für alles gelten oder nur für das wirkliche Geld klicken. Russischer Rubel. So, russischer Rubel. So, jetzt machen wir noch die Comics-Sammlung komplett. Und ich werde das Ding wieder ändern. Mal gucken, was ist das hier eigentlich. Gibt es da irgendeine, die verfügbar ist? Ne. Es sind alle nur gegen die Schweinchen zu haben. Gehen wir jetzt zum Euro. Super. Ein E statt das Euro-Symbol. Da hätten sie auch das richtige Euro-Symbol hier oben hinbekommen. Aber das war ja auch bei dem Rubel schon. Weil das normalerweise kein P ist, sondern eigentlich noch ein bisschen anderes Symbol. Vervielfache dein Geld. Oder verliere alles. Ha, Schwierigkeitsgrad 1. Samle die Diamanten. Neun Stück. Ach, das ist so ein Spiel dann, oder was? 55 Züge habe ich übrig. Das heißt, ich muss die Sachen so tauschen, dass die dann drei in eine Reihe kommen. Und wenn die daneben kombiniert werden, dann gehen die zumindest runter. Das ist ja in sich jetzt nicht so schwierig. Cool. Ah ja, das heißt, ich kann dann noch ein bisschen länger spielen. Doppelt oder nichts. Na dann, lass uns doch noch mal spielen. Aber je nach Schwierigkeitsgrad dürfte es dann ziemlich hart werden. Schwierigkeitsgrad 2. 18 Züge entferne das Öl. Na, prima. Das hat dann gleich schon eine ganz andere Tragik. Ja, das ist mir schon klar, dass das da hoch soll. Aber ich mache lieber einen Doppelten dann. Okay. Solange die sich natürlich selber auslöschen, umso besser. So, 15 Züge habe ich noch. Okay, bei einem 4er-Kombo und bei einem, wahrscheinlich hier ist ein 5er-Kombo oder sowas entstanden, gibt es dann entsprechend diese Bonus-Teile. Und damit sind alle Ölfelder entfernt. Na, das machen wir doch gleich noch mal. Ist zumindest eine nette Abwechslung, was das Spiel angeht. Schwierigkeitsgrad 5. Na, prima. 33 Züge. Entferne das Öl. 24 Stück. Und entferne die Toiletten. 16 Stück. Naja, das ist nicht gerade wenig. Achso, auf dem Öl. Achso, die Toiletten kann ich nicht bewegen können. Ich kann nicht die Gegenstände bewegen, die ich selber benutzen kann. So, dann kann ich hier einen 6er machen, was dann auch tatsächlich gleich dazu führt, dass da entsprechend mehr passiert, dass ich gleich so ein Bonus-Item bekomme. So, das Öl da oben muss ich vor allem noch mit beachten. Aber wenn die runterfallen, dann kommt auf jeden Fall hier auch die Toilette mit rüber. Schade, da hätte ich fast noch eine größere Kombi bekommen. Aber so geht es natürlich auch ein bisschen zumindest. So, damit ist das Öl da oben abgeschlossen. Zwei Öl und ein Toiletten-Ding fehlen mir jetzt noch. Das sieht eigentlich ganz gut aus. Nur, dass die jetzt leider in die falsche Richtung zeigen. Weil da ist es natürlich besser, wenn die nach oben schießen würden. Ich glaube, es ist nicht so sinnvoll, auf dessen Tipps irgendwie einzusteigen. Okay, der ist weg. Und der ebenfalls. Geschafft! Okay, machen wir noch das nächste Mal. Weil noch lohnt sich das ja nicht, das zu verlieren oder zu gewinnen. Level Up. Okay. Oh Mann, das Ding ist schon wieder abgeschmiert. Keine Klicks für 30 Sekunden. Das läuft immer noch. Und hat er auch immer noch nicht geschafft. Naja, dann machen wir jetzt mit 18.000 das Ganze nochmal. Mal schauen, ob das Ding diesmal länger bleibt und nicht gleich wieder abschmiert. Was? Bei Schwierigkeit 1 bekomme ich genauso so ein Ding. Mit gerade mal 20 Zügen. Was ist denn das bitte für ein Schwierigkeitssystem? Ist ja total absurd. Also da scheinen die Schwierigkeitsstufen nicht wirklich in irgendeiner sinnvollen Relevanz zu stehen. Ich dachte, da wäre jetzt ein Sechser zusammengekommen. Sehr schön. Was ist das denn? Aber ich muss jetzt bloß noch das Öl wegbekommen und dann passt es schon. Dann mal schauen, ob du jetzt, bloß weil es so ein bisschen mehr Geld gibt, da auch schon mehr Chaos anstellst. Schwierigkeitsgrad 6. Also da ist es, da wäre ein Sechser. Da ist es, da wäre 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 es. Verdammat? 不會 ist es ja mal ein bisschen weniger Geld? Die Farben sind immer nur den Elementen zugeordnet. Gut, wieder eins durchgeschossen. Ob die Bewegungsrichtung damit zu tun hat, in welche Richtung das dann nachher als Auslöser gilt. Zumindest hat es jetzt auch wieder, nachdem ich es nach oben bewegt habe, in der Richtung gefunkt. Schon besser. So, noch zwei Ölfelder. Dann wäre die Sache entledigt. Ah, ja. Ein Ölfeld noch. So, geschafft. Oh, gut. Also, nächstes Risiko. Schwierigkeitsgrad 4 mit 35 Zügen. Entferne die Schweine und entferne 15 Bänder. Na prima. Und eingefroren ist auch noch. Also, was ist das bitte für ein Schwierigkeitsgrad? Was hüpfen denn die Schweine da die ganze Zeit rum? Die hüpfen da wie wild durch die Gegend und bringen alles durcheinander. Was soll denn das? Ach so, das hat wahrscheinlich deswegen gerade gewechselt, weil irgendwie keine Züge mehr möglich waren. Deswegen wird es dann neu platziert. Das sieht mit den Bändern da oben aber nicht besonders gut aus dann. Wenn ich da eigentlich nicht allzu viel machen kann. Pah! Du kannst spielen in einer Dreiviertelstunde. Okay. Also, es gilt auf jeden Fall nicht, wenn ich nicht auf den Bildschirm rumklicke, sondern irgendwas mache. Dass das noch nicht die 30 Sekunden waren dann. Okay. Streicher auf die Einfachart, den Bündner 1,4 auf dem du drückst und automatisch streichst. Super. Was sagt der Eimer? Okay. Der Eimer hat noch Zeit. Jetzt hat das Umstellen auf die Papierklammer geklappt. Hintergrund. Ah ja. Level 6 gibt es einen anderen Hintergrund. Und Soundtracks. Okay. Die 30 Sekunden sind an sich jetzt vorbei. Funktioniert das mit dem Klicken nicht, solange ich da unten im Menü drin bin. Oder kannst du einfach nur die 30 Sekunden nicht vernünftig messen? Okay. Er hat es geschafft, ohne abzustürzen. Ey, er hat sogar das Euro-Symbol mal richtig an der Stelle. Das heißt, anscheinend hat er da irgendwelche Textprobleme oder Darstellungsprobleme, dass die Symbole nicht korrekt angezeigt werden. Probieren die goldene Minute aus. Tausche Rechnungen im Speck um. Hol dir einen Blumenhändler. Okay, was auch immer die einzelnen Sachen sind. Blumenhändler. Sachen im Speck umtauschen. Und eine goldene Minute. Für 14 Schweine, ich glaube ja, weil echt du spinnst, probiere die goldene Minute aus. Für 17.000 darf ich sie überspringen. Und dafür bekomme ich 20% Einkommensboost. Ja, das werde ich auf jeden Fall überspringen, weil die Schweine werde ich dafür nicht ausgeben. Was meinst du mit Tausche Rechnungen im Speck um? Reach the Levels for a Boost. Nächste 20% von 20 Boni. Sparspeinen. 9 von 20 Comicsammlungen. Sparspeinen. Die können aber auch vorzeitig dann schon erreicht werden. Okay, dann ist wohl Zeit, hier mal wieder ein bisschen mit dem Klicken nachzulegen. Okay, da scheint er zumindest mit dem schnellen Klick nicht hinterher zu kommen. Auch bei dem langsamen, bin ich mir im Moment nicht sicher, ob er das schnell genug verarbeitet bekommt. Auf jeden Fall kann ich jetzt erstmal hier die Sachen weiter ausbauen. Das sind die Sachen pro Sekunde und das sind die Sachen pro Streichen. Können wir zumindest die Sekundensachen weiter anheben. Und dann ab. Entsperre Rock the Tower. Okay, das heißt, das nächste Ding ist irgendwie freigeschaltet. Also keine Ahnung, ob das irgendein Teil hiervon sein soll. Also was genau ist da jetzt freigeschaltet worden? Entsperren Rock the Tower. So, wer oder was ist das? Also gut, dann machen wir erstmal den Blumenladen komplett. Also was wir in dieser Anzeige pro Sekunde irgendwie bringen sollen. Weil die Klicks sollten eigentlich nicht in das Anzeige pro Sekunde reinlaufen. Dann gucken wir mal, was ich jetzt hiervon noch einkaufen kann. Blumenhändler als nächstes. Stelle PR-Personal ein. Spender an Politiker. Lobbyisten. Fondsabkommen. Und Industrieverband. So, wie sieht mein Eimer jetzt aus? 100.000 pro Stunde und 262.000 Kapazität. Da wird es ja nicht sehr schwierig sein, diese Errungenschaft mit irgendwie mehreren Tausend aus dem Eimer zu fischen. Sparschwein noch ein bisschen aufleveln. Jawohl, 200%. Ah, ich kann jetzt die blaue Stadt in den Hintergrund legen. Ja. Sieht zumindest ein bisschen besser aus als nur die langweiligen Farben, die im Hintergrund weg sind. So, Tauscherechnung in Speckum. Ich weiß immer noch nicht, was das ist. Mal sehen, ich glaube noch ein Level. Dann werden die Wettkämpfe freigeschaltet, was auch immer das bedeutet. Und so lange probiere ich es jetzt vielleicht noch. Wenn es mir nicht zu oft um die Ohren fliegt. Tausche Banknoten um. Aber das wäre jetzt nicht die Aufgabe. Hol dir auf einen Schlag 50.000 aus dem Eimer. Patience, nur Klickshot 14.16. Hol dir 125.000. Die Blätter Eimer, aktuell nur 11.000. Dann machen wir erstmal die Kohle voll. So, 125.000 abgeschlossen. Es ist halt ein Unterschied, ob man das Ding auf dem PC spielt mit irgendeinem Autoklicker-Modus, als dass man das tatsächlich manuell auf dem Bildschirm hin- und herwischt. Die 40 Sekunden laufen. 35.000... Ah, okay. Passt. Dann muss ich bloß noch genug Zeug im Eimer haben. Und den am besten nochmal aufleveln. Kapazität 10 pro Stunde. 42.000 pro Stunde. Ich frage mich, wie viel Level das Ding hier hat. Oh. Oh. Okay, das dauert noch ein bisschen. Dann können wir in der Zeit schon mal Geld so wieder einsammeln. Ich verstehe noch nicht, was diese mal 2 mal 3 zu bedeuten haben. Ob die tatsächlich einfach nur random sind. Und wann kriege ich denn den nächsten 153.000? 200% Comic-Sammlung. 150% Sparbuch. 150% Und Bitcoin. Das dauert noch ein bisschen mehr Kohlen. Und noch 3 Sterne. Level Up. Freischalten, Wettkämpfe und Soundtrack. So, mal gucken, was das jetzt zu bedeuten hat. Okay, mal wieder nix, weil irgendwie das... Ach. Was ist denn das bitte für ein Krampf? Also bei 7 steht jetzt, dass die Dinger freigeschaltet sind und dann sind die doch nicht freigeschaltet. Mal gucken, wie es jetzt mit dem anderen Teil da aussieht. Na ja, hoffentlich gibt es nicht wieder Lizenzprobleme. Hier ist noch nix Neues dazu gekommen. So, wahrscheinlich muss das Ding erst wieder neu starten, bevor das Teil tatsächlich verfügbar wird. Oder die Kämpfe sind einfach gar nicht bei Steam verfügbar. 6 von 156. Goldklammer und ein weiteres goldene Schwein. Okay, Lila Stadt und Überraschungsbox. Na, dann gucken wir mal, ob der Eimer jetzt genug beinhaltet. Ne, noch nicht. Also den Eimer machen wir noch. Und dann den nächsten Bargeldboost zu bekommen. Wobei es wahrscheinlich schneller wäre, einfach die 75.000 zu bezahlen. Aber egal. Das nächste wird immer erst freigeschaltet, wenn die anderen schon auf Stufe 3 sind. Was ich noch nicht ganz verstanden habe mit diesem 20 mal Streichen, ist wahrscheinlich, dass dann irgendwie das 20-fache gewährt wird. Ja, da war eine goldene Banknote. Die sind das mit dem 20 mal Streichen. Und das, dass dann natürlich auch, wenn die goldenen Banknoten mit dem Turbo hier 10 Sekunden dann goldene Banknoten oder 6 Sekunden goldene Banknoten. Genau, jede Banknote ist eine 20-fach goldene Banknote. Boah. Gehen 1260 kann man sich den Vorteil generell kaufen. Mal gucken, wie viel das kostet. Also 50, 60 Euro, um sich so einen Vorteil zu kaufen. Wahnsinn. Ach genau. Wir wollten ja den Eimer noch machen. Noch ein bisschen. Stellt der Krimer Level 9 noch zusammen. Und den nächsten Blumenhändler. 500-Dollar-Noten. Zumindest haben sie nicht allzu viel Platz, die Zahlen hier beliebig breit zu machen. Außer sie blenden dann tatsächlich auch Exponenten oder irgendwas ein. Eimer. Jawohl. 30% Buggle-Boost. Was auch immer das eigentlich heißt. Nein, danke. Ruste den Kredit-High auf. Prima. Klicke 50 mal in 30 Sekunden und ruste den Business Angel auf. Ja super, sagt mir doch mal, wo die sind. Locked Investment. In den nächsten vier Investitionen-Freizeichen ruste alle Folgen auf Level 3 auf. Safe Unlocked. Zum öffnen Tippen. Super. Zwei Goldschweine. Ein automatisches Streichen für 10 Sekunden. Okay, der wird gleich wieder ausgelöst. Mit dem Auto-Swipe ist das natürlich sehr praktisch. Kaufe einen lokalen Politiker. Kaufe einen lokalen Richter. Stelle einen Externator in einen Superpack. Um Eis-Tresor und die nächsten 6-Missionen freizuschalten, ruste alle Folgen auf Level 2 auf. Hier müssen alle auf Level 3. Das dauert noch. Und hier musst du alle Folgen auf Level 2 auf. Das geht doch. Safe Unlocked. Geld. Schweinchen. 20 Sekunden Auto streichen. Sehr schön. Wie wir vielleicht vorher noch die anderen Sachen kaufen sollen. Ja, der Auto-Vibe geht zumindest dann so schnell, wie er maximal klicken kann. Letztendlich macht der Auto-Klicker dann nichts weiteres, als so schnell zu klicken, wie der Auto-Vibe das in der Lage wäre. Aktien, Buchmacher, Kredit-High. Kredit-High. Buchmacher. Das war der von vorhin wahrscheinlich. Das heißt, er sollte den Kredit-High aufrüsten. Und den Business Angel. Buchmacher, Kredit-High, Business Angel. Okay, 40 Millionen. Super. Dann weiß ich aber auf jeden Fall, dass hier die Gold-Missionen sich sozusagen an diese Sachen hier anschließen. Das heißt, hier hat er jetzt die Zahl zusätzlich dargestellt. So, wie sieht die lila Stadt aus? Ich werde es noch einmal beenden und mal gucken, ob danach dann dieses Icon dort auftaucht. Nö. Also nach dem Neuschneid ist das wieder als E dargestellt. Wahrscheinlich, wenn ich einmal hin und her switche, wird dann das korrekter dargestellt. Ne, an der Stelle nicht. Also keine Ahnung, was dazu führt, dass er das da korrekt darstellt und da das Euro-Zeichen reinnimmt. Freischalten, Erbe. Das heißt, kann ich dann sterben und von vorne anfangen. Ja, das mit dem hin und her schalten, den verschiedenen Ebenen, ist auch etwas umständlich. Naja, da kommt so schnell nichts Neues zusammen. Naja, mal gucken, wie schnell die ansteigen. Ja, zu schnell. Oh, in 10 Minuten kann man nochmal eine Runde spielen. Dann mache ich mal noch ein bisschen weiter und werde noch versuchen, Level 10 zu erreichen. 2 Millionen. Mal gucken, ob ich da die nächsten 10 hier noch zusammen bekomme, um zumindest das Sparschwein-Upgrade zu bekommen. Aber ist schon unglaublich. Eine halbe Million kostet jetzt das nächste Schweinchen. Keine Ahnung, warum sie ab einer Million anfangen, den Zahlenwert darunter zu schreiben. Dann noch ein Löffel, nein, 10 Löffel. Was auch immer damit wieder passieren soll. Ich kann sogar noch durchscrollen von dem, was da wie wo freigeschaltet wurde. Das ist halt wieder das typische, nicht intuitive Übertragen auf den PC, weil kein Scrollbalken, kein Hinweis darüber, dass das scrollbar ist. Mal gucken, wie weit geht es denn nach unten. Okay, da gibt es dann nur noch Überraschungskisten. Bis Level 100. Ja. Also bis Level 100 kann man da weiterkommen. Schweinchen gibt es dann wahrscheinlich nicht mehr oder zumindest nicht garantiert. Bis Level 25 kriegt man zumindest garantiert ein goldenes Schweinchen. Hier gibt es dann nochmal wahrscheinlich so einen 10 Sekunden automatischen Timer. Der Strand wird freigeschaltet. Viel kommt da nicht mehr. Okay, das heißt, die sind wieder nicht alle direkt aufgelistet, aber bis Level 25 ist eigentlich alles soweit freigeschaltet. Level 18. Und die Geldklammern sind auch bis Level 20. Ey, da ist eine Krone. Dein Erbe, Level 1. Du hast 10 Löffel. Aha, die Löffel sind sozusagen, ja, man wird mit goldenen oder in dem Fall mit silbernen Löffeln geboren und kann die dann investieren. Mehrwert pro Streichgeste, dann größeren Eimer, höhere Eimerrate, höhere finanzielle Investment-Einnahmen, geringere Kosten beim Kauf von finanziellen Investitionen, bis 0 bis 99% Minus, geringere Kosten bei geschäftigen Investitionen und politischen Investitionen. Möchtest du sterben und dein Grundstück vererben? Dein gesamtes Geld und deine Investitionen werden auf 0 zurückersetzt, aber du hältst silberne Löffel, um schneller Geld zu schütteln. Du musst schon verdient haben 100 Millionen, bevor du sterben kannst. Jetzt habe ich erst 11 Millionen. Oder überspringe den Tod, aber genieße alle Vorteile einer Erbschaft und bezahle mit 15 Schweinchen. Ab 100 Millionen bekomme ich den ersten goldenen Löffel. Jetzt wäre natürlich die Frage, wofür ich jetzt die ersten 10 Löffel ausgebe. Mehrwert pro Streichgeste oder weniger Kosten? Ich glaube, ich nehme das Streichen. Mal gucken, wie viel. Oh, 100%! Das ist natürlich schon ganz nett. Die finanziellen Einnahmen am besten auch um 100% gesteigert. Sehr schön. Mal schauen, wie das dann weitergeht. Das ist zumindest noch ein Element, was tatsächlich jetzt freigeschaltet ist. Gibt es dann noch was Signifikantes, weil eigentlich war jetzt hier nichts mehr dann. Das heißt, soweit sind die Mechanismen da. Das Einzige, was unklar ist, sind wie weit das mit den Wettkämpfen hier irgendwie funktioniert oder nicht funktioniert. Oh, das heißt, ich bekomme jetzt 4- und 6-fache Multiplikatoren. Ne, 2, 4. Aber es kann höher ausfallen. So, nächste Streichgeste. Und als nächstes 23 Millionen. So, wie viel habe ich jetzt schon zusammen? 31 Millionen. Fast-Food-Kette. 46 Millionen. So, riskiere 2,5 Millionen. Na, da können wir ruhig noch ein bisschen mehr spielen. Na, machen wir mal 10 Millionen. Und dann schauen wir mal, was dabei rumkommt. So, Schwierigkeitsgrad 2. Mal gucken, wie schwierig du es jetzt tatsächlich machst. So, Schweinchen sollen weg. Und Diamanten sollen weg. Ich habe 20 Züge. Und da sind solche komischen Blockierungen. Das finde ich nicht lustig. Ah, ich kann nicht erkennen, welche da drunter sind. Aber offensichtlich haben die zusammengepasst. Naja, zumindest ließen die sich ja jetzt schon mal ganz gut auflösen. So, die Schweine sind weg. So, was macht jetzt die Farbbambe? So, okay. Das hat ja schon mal leicht geklappt. Also, nächster Versuch. Schwierigkeitsgrad 3. 7 Diamanten und 12 Mal Öl auflösen. Wenn es weiter nichts ist. Klos. Die müssen auch erst wieder weggespült werden. Na super, und jetzt breitet sich das Ding da wieder aus. Okay, jetzt haben sie noch gesprungen. Weil die Kombination nicht mehr möglich war. Aber wenn tatsächlich dann keine Kombo mehr möglich ist, dann verliere ich. Das war doch eine Multi-Kombo. 12 Züge nur noch. Das wird knapp. Da ist doch ein B drunter. Oh, geschafft. Also, nochmal. 18 Züge für 16 Diamanten, 21 Öl und Naukenschweine, die da rumspinnen. Na, das kann ja härter werden. Ja, das kann ja hier sein. Gut. Das war ja easy. Wieder auf Nummer 5. 48 Züge. Heißt ja nicht unbedingt, dass es leicht ist. Okay, warum kann das nicht auslösen? Das heißt, solange die mit den Fäden verbunden sind, kann ich die nicht für die Kombinationen benutzen. Sondern erst danach. Sehr gut. Sehr gut. Ja, die Farbbombe ist tatsächlich, dass die eine Farbe auflöst. 38 Züge noch. Das sieht recht entspannt aus momentan. Dann muss ich halt nur noch die Schweine wegbekommen, damit die mir hier nicht so viel Unfug anstellen. So, die Schweine sind weg. Jetzt muss ich nur noch die Reihe da wegbekommen. Okay. Also, so ganz ist mir das Schwierigkeitsniveau echt überhaupt nicht klar. Und jetzt das 100-fache doppelt oder nichts. Das ist nicht doppelt oder nichts. 32 wäre doppelt oder nichts. Na, da bin ich ja mal gespannt. Ha! Okay, sieben Schweine. Sechs Gebäude. Die ich wahrscheinlich einfach nur in die Luft jagen muss. Schauen wir mal, was jetzt abgeht. Ah, die haben die Tüte weggetauscht. Schweine. Ja, sehr schön. So, das heißt, die Goldbeute werde ich wahrscheinlich wirklich nur mit diesen Explosionsdingern los. Ist die Frage, wie ich mir die am geschicktesten aufbauen. Farbbombe. Farbbombe. So, ein Gebäude ist weg. Ja, und jetzt ist das Ding natürlich schon blockiert. Das würde passen. Ja. Ha! Jawohl. Geschafft. Jetzt kriege ich 2 Milliarden oder 2 Billionen. Jetzt geht es noch weiter. Bis 10.000. Ne. Die eine Billion will ich erst mal ausgeben. Jetzt kann ich ja zumindest mal nachgucken, wie viele Löffel ich da bekomme. Make your first billion. Jawohl. So, wie viele Löffel? 82. Ja, dann lohnt es sich doch jetzt zu sterben. Also, machen wir den ersten Reset. Du bist reich gestorben und nicht in das himmlische Königreich gekommen. But you have passed in 82 Silver Spoons and the next generation can chase money even faster. Verdopple dein Erbe sofort. Ich glaube nicht, dass das mit den Videos funktioniert. Aber mal gucken, ob die Löffel... Ne. Bekommen auch nicht mehr. Mehr Wert pro Streit. Ach, jetzt gibt es bloß mal 50% dazu. Na super. Mal gucken, was ihr jetzt liefert. 5% weniger. Okay, das ist nicht allzu viel. Dann haben wir die noch. 200% und 200%. Wieso kann ich hier jetzt noch mit 5 ausgeben? Ne. Hier bin ich jetzt bei Level 10 geblieben. Die Goldmission fängt auch wieder von vorne an. Patience. Nur klick für 10 Sekunden. Musst du das Volumen deines Einbaus auf 1500 auf. Okay, das heißt, die Dinger kommen immer wieder neu. Da mache ich jetzt nicht weiter. Das heißt, wir haben jetzt bis zum ersten Reset durchgespielt. Und das reicht an der Stelle für den ersten Blick auf Make it Rain. Love of Money. Und ja, mal sehen, wie weit da noch die Motivation da ist, dann über Level 25 bis 100 hochzuspielen. Und auch mal sehen, wie viele Sterne da tatsächlich notwendig sind und wie lange es dauern würde. Mal sehen, ob es nachher bei 1,3 Billionen wieder 82 gibt. Beziehungsweise es wird wahrscheinlich deutlich langsamer gehen, dass dann weiter Löffel verdient werden können. Und wie auch immer sich das Level dann... Wahrscheinlich ist das Level einfach nur die Aussage, wie oft ich resettet habe. Aber mal sehen. Davon werde ich dann beim nächsten Mal mehr berichten können. Soweit erstmal für Make it Rain. Und noch auf zum nächsten Spielen. Vielen Dank.